Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Staatsanwaltschaft beendet Ermittlungen zur Ahrtal Flut. Fehler festgestellt, Beweise fehlen. Fehlhandlungen und fehlende Beweise. Uneindeutige Untersuchungen der Ahrtal Flut. Die Ermittlungen zur Ahrtal Flut im Jahr 2021 haben aufgezeigt, dass es zwar Fehlentscheidungen gab, jedoch fehlen konkrete Beweise, um diese vollends zu belegen. Im Zuge der Flutkatastrophe waren 140 Menschen ums Leben gekommen. Große Teile der Infrastruktur in den betroffenen Gebieten wurden zerstört. Beeinträchtigungen und Verletzungen aller Art belasteten die Bevölkerung. Die Untersuchung ergab, dass Behörden oft zu spät oder falsch gehandelt haben, was Teile der Bevölkerung wütend und andere grübelnd zurücklässt. Konkrete Beweise, welche zur Klärung des Katastrophenschutzes beitragen könnten, fehlen bisher. Ein umfangreicher Bericht des Landtages von Rheinland-Pfalz enthüllt eine Vielzahl von Fehlentscheidungen, die bis zu zwei Jahre vor der Flut getroffen wurden. Dazu gehört unter anderem der mangelnde Hochwasserschutz, durch nicht mehr funktionierende Sirenen, fehlende Rettungsboote und ein lückenhaftes Warnsystem. Konkrete Beweise, die diese Feststellung stützen, konnten jedoch bisher nicht erbracht werden. Fehlende Dokumentation und Nachweise sowie unklare Zuständigkeiten behindern die Aufklärung erheblich. Quelle Landtag Rheinland-Pfalz, Untersuchungsausschuss Flut 22. Diese Unvollständigkeiten in den Beweisen führen aufgrund ihrer Schwere zu zahlreichen Debatten über die Verantwortlichkeit der Behörden, die bisher zu keinem endgültigen Ergebnis geführt haben. Die Tragweite der Flut und die daraus resultierenden Schäden stellen die Ermittler vor eine große Herausforderung. Es ist offensichtlich, dass es schwerwiegende Fehler in der Reaktionskette gab. Erklärtes Ziel muss es dennoch sein, auch zukünftigen Katastrophen besser entgegenwirken zu können und daraus lernen zu können. Dafür ist es jedoch essentiell, die Vergangenheit aufzuarbeiten und die vorhandenen Schwachstellen zu identifizieren. Die Suche nach schlagkräftigen Beweisen bleibt daher weiterhin bestehen und zeigt auf, dass die Aufarbeitung dieses Desasters noch lange nicht abgeschlossen ist. Verfasst von Anita Farke, Donnerstag, 18. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.